Stimmung. Wir sind in einer guten Stimmung. Und was heißt das? Dass ich glücklich bin, dass ich lachen kann, nicht über andere, weil das ist Schadenfreude, ist ein bisschen was anderes, aber diese innere Freude, wie ein Kind sich für etwas freuen und mit anderen zu teilen. Und zum Beispiel Gudl und ich stehen auf, machen wir so eine Spezialgymnastik mit Atemübungen und Stretching gemeinsam und dann lachen wir einfach so. Und das ist zum Beispiel für mich Frequenz erhöhen.